Die genauen Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Wir schnappen uns erstmal unsere Bohnen und weichen diese für 24 Stunden in ganz normalem Leitungswasser erstmal ein. Am nächsten Tag dann schütten wir unser Einweichwasser weg und spülen die Bohnen gründlich aus. Unseren Topf mit den Bohnen füllen wir dann mit Wasser auf und zwar ungefähr so viel, dass die Bohnenoberfläche noch so zu 2 cm drüber ebenfalls noch mit Wasser bedeckt ist. Jetzt kochen wir unsere Bohnen auf und beim Kochen kurz vorm Siedepunkt bildet sich dann oben so eine Schaumschicht, die ziehen wir ab. Und danach lassen wir das Ganze einfach köcheln, bis unsere Bohnen halb durch sind, also noch nicht ganz fertig, ebenso halb fertig. Das Ganze dauert halt leider noch mal eine Stunde, also einfach einen Timer setzen, damit der nach einer Stunde dann einfach klingelt. Nach der Stunde können wir gerne das Ganze schon ein bisschen salzen und noch etwas frisches Wasser wieder in den Topf hineingeben, da ja schon ein großer Teil von unserem Wasser verdampft ist. Kurz bevor unser Timer für die eine Stunde Bohnenkochzeit klingelt, fangen wir schon mal an, in einer separaten Pfanne ein bisschen Zwiebel und Karotten anzubraten. Und sobald die angebraten sind, geben wir dann diese in den Topf mit dem Bohnen mit dazu. Und jetzt fehlt nur noch eine Zutatenmischung, die wir in unsere Karotten-Zwiebel-Bohnen-Mischung mit dazugeben. Und zwar ist das etwas Tomatmark, Wasser, Sonnenblumenöl und ein bisschen Zucker. Das können wir jetzt entweder in einer separaten Schüssel miteinander vermischen und einfach direkt in den Bohnentopf geben, was ich ehrlich gesagt wirklich machen würde. Oder es etwas aufwendiger zu machen und wie meine Oma das Ganze nochmal auf einer Extrapfanne alles miteinander erwärmen und nochmal dorten vermischen, ist aber wirklich nicht notwendig. Ihr könnt diese ganze Kombination an Zutaten einfach direkt in euren Bohnentopf geben und dann lassen wir alle Zutaten in dem Topf einfach nochmal für 40 Minuten köcheln. Also nochmal den Timer stellen auf 40 Minuten, bis eure Bohnen dann ganz durch sind. Und zu guter Letzt füllen wir jetzt halt noch wirklich die heißen Bohnen samt der Flüssigkeit direkt in unsere Einmachgläser um, sobald sie eben durch sind. Und wir können jetzt noch pro Glas eine große zerstampfte Knoblauchzehe mit reingeben. Und wir persönlich geben noch sehr gerne so einen halben Teelöffel von der italienischen Gewürzmischung mit rein. Aber ihr könnt da natürlich die Gewürze wählen, die euch am liebsten sind. Jetzt noch den Deckel ganz ganz feste zuschrauben, damit da wirklich keine Luft mehr reinkommt. Und das Ganze eingewickelt in eine Decke oder mit Kissen bedeckt nochmal bei Raumtemperatur einfach für 24 Stunden oder einfach bis zum nächsten Tag stehen lassen. Und da können wir sie dann einfach in einen Kühlschrank stellen. Ich würde sie exakt noch drei Tage dort im Kühlschrank dann ziehen lassen und nach den drei Tagen erst die Dose öffnen. Und ansonsten, falls ihr sie nicht öffnet, halten euch die Bohnen ungeöffnet vier Monate im Kühlschrank. Nachdem ihr aber die Packung aufgemacht habt, am besten innerhalb von zwei Tagen dann auch aufbrauchen. So, versprochen, das war das letzte Einlegevideo für lange Zeit auf diesem Kanal. Aber ich dachte mir so, ein Lebensmittel lege ich jetzt noch ein und das lade ich jetzt auch hoch. Und das war jetzt aber auch damit erstmal wirklich, wirklich versprochen. Es sei denn, ihr habt jetzt alle einen extremen Wunsch und den schreibt mir in die Kommentare und die tausend Daumen nach oben. Deswegen, dann filme ich jetzt nochmal so ein Video. Aber jetzt reicht es erstmal. Falls sich trotzdem das Thema Einlegen interessiert, kannst du dich zu Genüge wie immer nochmal umschauen auf meine gesunden Rezepte-Playliste oder dich einlesen, wenn dich das Thema für mit Tieren zum Beispiel interessiert. Das ist ein anderes Verfahren, um Lebensmittel länger haltbar zu machen. Dazu habe ich einen kostenlosen PDF-Guide erstellt und findest du unten in der Infobox. Also zu Genüge noch weitere Informationen und Inspirationen findest du auf diesem Kanal. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche anderen Video-Wünsche habt oder einfach Anregungen für die Zukunft, lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren und wissen. Ansonsten bleibt fit und gesund und bis übernächste Woche Dienstag bei einem neuen Video. Ciao, tschüss. Ciao, tschüss.